Hallo und herzlich willkommen. Was ist unser Vorschlag für die gute Tat heute? Ihr werft selber alle euren Müll ordnungsgemäß immer weg, aber trotzdem, wenn ihr durch die Stadt lauft, an Bushaltestellen steht oder ähnliches, seht ihr, dass natürlich eine ganze Menge Müll rumliegt, die andere Leute dort trotzdem hinterlassen haben. Und unser Vorschlag ist, hebt doch mal ein paar Stücke von diesem Müll auf, werft den weg. Und wenn das viele machen, dann würde die Stadt vielleicht doch noch ein bisschen besser aussehen. Und das ist unser Vorschlag, den wir haben, für den guten Tag für heute. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vielen Dank.